Musik Oh, jetzt kommt der Weg. So was von... Da sind sie wieder. Und ich hab nix zu... Was? Ihr müsst sie aufhalten. Lass sie nicht in meine Nähe. Bin zuerst. Oder? Die sind glaube ich hier. Waren die zwei? Ja? Ich hab links eingeführt. Das ist nicht gut rechts eben. Da kommt noch Rader, oder? Ah. Hier ist es noch. Hier, der lebt noch. Ich glaub Pistole ist. Was? Und da meine ich nicht. Ich meine die Truhe, ja? Der Furz lag, aber quer am Darm, alter Lachs. Ich meine auch die Truhe. Ich meine auch die Truhe. Kennt ihr auch das vor uns? Ich bin sehr gut. Das war ein bisschen daneben. Er ist tot. Hier ist doch noch was. Hier ist doch noch was. Das war daneben. So, du bist definitiv tot. Definitiv. Definitiv. Definitiv tief. Warte. So. Wir haben alles. Ja. Bring mir es zu Gabe. Zu Gabe. Gäbel. Echt? Echt? Ja. Ja. Gut gemacht, Pedro. Ihr Aufenthaltsort ist vielleicht der Schlüssel hier raus. Ach du Scheiße. Du, ich blende dich zu vorne. Alter, war der Rade. Krasser Schick. Voll geblendet. Ja, ist doch geil. Darauf stehe ich. Wenn ich geblendet werde. Es sollte alles sein, was du brauchst. Der Witz des Tages. Gute Arbeit, Redfield. Nicht, dass ich erstaunt wäre. Redfield sieht immer nur, es liegt an der Familie, was. Schmierige, heli-reparierende Voodoo-Künste. Ach du heilige Scheiße. Was passiert? Die Aufseherin. Sie lobbt die Kreaturen genau zu uns. Das ist nicht fair. Was machen wir nun? Umheulen. Was machen wir? Jemand muss die verdammte Sirene ausschalten. Verstanden. Wir übernehmen das. Das kommt von der Bar. Bitte reparier das Teil. Au. Alter, er hat mich nicht retten. Gehen wir schnell ins Haus rein. Gehen wir schnell ins Haus rein. Gehen wir schnell ins Haus rein. Ach, Scheiße. Da ist der Schalter vielleicht in. Schauen wir nach. Oh. Hey, das musst du machen. Ach, Scheiße. Doch. Ja, drück doch A. Sehr schön. Das ging ganz zufällig. Ja. Natürlich sind wir mit ihm zusammen. Wir sind umzingelt. Es gibt keinen Ausweg. Es ist alles vorbei. Beruhig dich, Pedro. Was ist passiert mit meinem Arzt? Du wechselst ja die Farbe. Weil du Angst hast. Ich kann auch bedingt nicht. Das ist ein Fenster. Dann kämpfe und halte sie auf. Dann steh halt, wenn ich Füße still. Wir werden alle sterben. Was soll ich bloß tun? Erster Schritt, reg dich an, verdammt. Ach du, Axel, der verbandelt sich doch auch gleich. Ja. Kann das sein. Deswegen, ja. Wir sind mit dem Schönen einem auch. Oh mein Gott. Hilf mir! Nein. Er schlacht gerade hinter mir. Mein Auge juckt dir. Dein Auge hat mich zu jubeln. Wir sind im Krieg. Hilf mir! Ja, das heißt Krieg, aber... Krieg! Hey! Go! Alleine waren alle hier drinnen. Ein Fenster ist offen. Oh-oh. Hm? Oh-oh. Das war's, oder? Wir haben... Wir haben gewählt! Geh' nicht in die andere. Ja. Warum? Das war es. Na. Das war die andere, mein Name. Ja. Ich geh' nicht in die andere. Bis zum 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 planes. S eliminator. Es ber confirming. Oh, komm. Du kommst zu spät. Naja, lieber so, als zu früh, oder? Hedro? Seht ihr, wie selber am Reich zu stehen? Aber der Furcht ist... Claire, pass auf! Ah! Nice! Weißt du was? Ich weiß nicht, ob ich mich das... Oh, oh! Ich kann mich nicht füllen, oder? Oh, oh! Komplett nutzlos! Ich hoffe, ich konnte halt... Wenn er... Ähm... Willst du mich verarscht? Kann man mich verarschen? Im Leben besiegen wir das Ding! Lauf, Mäura! Lauf! Oh, wir müssen hier um... Oh, shit! Nein! Aber jetzt natürlich nach. Alles in klar. Oh! Mit, äh... Richtung und B-Kisschen auszweichen. Ich kann ihn hier nicht... Ich bin komplett nutzlos! Oh, scheiße! Also für dich! Ja! Ich kann heute auch danach werden. Wir müssen einen vorbei! Oh! Oh! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Komm, schnell hinweg! Wir müssen ihn auf jeden Fall noch töten! Oder? Jawoll! Es geht weg! Ich bin voll konzentriert... Und das auf einfach! Ich glaube, ich sollte mal rennen. Ich gucke mal. Weiß ich gar nicht. Ich geh hinten rum und öffne die Tür. Wartet da. Ich bin runtergerutscht. Scheiße. Ich bin runtergerutscht. Scheiße. Ich bin runtergerutscht. Scheiße. Der hat eine Bohrmaschine. Ne. Anscheinend nicht. Warte, Neil. Was ist mit Gabe? Ich weiß, aber hier zu bleiben ist zu riskant. Mach dir keine Sorgen. Er war beim Militär. Der Mann isst Gefahr zum Frühstück und kackt sie zum Mittag wieder aus. Hier durch. Hilf mir mal. Ups. Ich hab ein Bäuerchen gemacht. Ich mach's das nächste Mal. Los. Wenn's bei mir passiert. Du auch. Schnell! Den tötet Barry später. Ach, das ist dann dein Part. Hallo? Nicht vor den Kindern. Geht's dir jetzt besser? Ja. Hier müssen wir lang. So. Ah. Da gab's draußen. Weißt du, ich bin froh, dass es dir gut geht. Gabe sagte, ihr wurdet getrennt. Oh ja. Oh ja. Chips Cola. Also, ähm. Was war das Ungeheuer da eben? Das war Pedro. Die Aufseherin hat uns mit einem Virus injiziert. Das Virus wurde in Pedro aktiv wegen seiner Furcht. Ich glaube, ich hab davon gehört. Ein Virus, das auf Furcht reagiert. Mann. Sollen doch Menschen vor Viren beschützen, nicht selbst infiziert werden. Ironie ist echt scheiße. Ja. Ich höre zu. Nichts. Ich höre zu. Prost. Frieden. Oh, ich muss echt meine Augenbrauen mal machen hier. Ah. Oh, ich muss echt meine Augenbrauen mal machen hier. Ah. Oh, ich muss echt meine Augenbrauen mal machen hier. Du und deine Augenbrauen, Alter. Das hört nicht auf, das Drama. Nein. Zum Glück sieht man das hier nicht. Guck mal. Ich brauche Mut. Die Kinder hier sind unsere Mägen. Genau. Oh, ja. Oh, lecker. Die waren heute richtig lecker geschmeckt. Mhm. Ich habe die schön mit Käse überbacken gewesen, und du? Oh, lecker. Ich habe natürlich mit ein bisschen Rinderhack überstreut. Oh, lecker jetzt. Oh, lecker. Oh. Ich weiß gar nicht, worauf wir lang müssen. Da hoch. Und vielleicht waren sie ein bisschen in meinem Popcorn irgendwo drin. Wer weiß. Mhm. Deswegen geht es mir heute ran. Deswegen ist es so schön fettig gewesen. Ja. Nur deswegen. Nicht anders da. Mach das nicht nach zu Hause. Pedro meinte, das Signal käme von hoch oben. Das ist unsere Mägen. Das Turm-Ding. Das Turm-Ding. Also Privatrezept. Die Aufseherin ist vielleicht da drin. Finden wir es heraus. Hm. Dein Name. Sorry. Schon recht. Bis dann enden wir vielleicht alle wie Pedro. Die Uhr tickt, Nil. Die Uhr tickt. Sie macht Tic-Tac. Tic-Tac-Boom. Wow, ich gucke irgendwie immer nach unten. Ich gucke mal nicht mehr nach oben. Oh, nein, 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 nein. Der steht nicht zu Tode. Oh, nein, 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 nein. Oh, wo? Wo? Nee. Oh, Fass. Wir stehen. Das ist ein Schwein. Nein. Nein. Fass. Stirb, du elendiges Dreck. Wie? Das ist ein Schwein. Ist das eklig. Warte, da hinten ist irgendwas. Willkommen bei Sherry's und Orkys Kinderkochstudio. Hm. Das Rezept lassen wir euch irgendwann mal vielleicht zukommen. Ja. Aber vielleicht. Wir haben es nicht mehr verkaufen können. Hm. Schon lecker. Ja. Jetzt krieg ich so richtig Lust drauf. Ja, wenn man so drüber redet, ne? Ja. Fass. Fass. Ach, guck mal. Schmeiß. Speck. Ich kann doch nichts machen. Hm? Das Curry. Ich will Testesser sein. Darf ich das? Ja, natürlich. Fuck. Du bist die Erste, die das kriegt. Hm. Wer ist das? Ich hab den hier noch getötet. Achso. Oh, hi Dennis. Da bist du ja wieder. Hi. Hi. Wir haben dich schon vermisst hier. Ja. Der hat auch Hunger. Hörst du das auf? Ja. Also Dennis, neues Update. Ich wurde gezwungen Outlast weiter zu spielen. Mhm. Bist du dafür oder dagegen? Oh oh. Da sind sie wieder. Türken Sie. Oh! Hier für dich! Wieso hat die Raumseher denn eine ganze Insel in einem, was auch immer verwandelt? Ah, so kann ich das machen. 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 Das lässt sich sagen, geht sowas von down gerade. Kannst du den hier anhocken? Mitschießen? Ja, Moment. Achso. Das passt nicht. Grafik, Spielbacken. Also mit super weiterspielen meinst du, ich solle, ähm, ich soll Outlast weiterspielen oder sollen wir das hier weiterspielen? Outlast? Nein, er meint bestimmt nicht Outlast. Er meint Outlast. Nein, er meint kein Outlast. Dann soll wir Resident Evil weiterspielen. Was hat die gesagt? Wer hat das gesagt? Was? Ich komme später nach. Was? Ich werde schon. Ich habe Kopfhörer auf. Was? Läuft bei denen. Ja, läuft. Doch, ich meine Outlast. Wettt ab. Aber diesmal wird es eine Special Outlast Folge, weil Bavi hier ist. Ich bin nicht alleine. Natürlich könnte ich auch Resident Evil 7 weiterspielen, aber ich habe mir gedacht, das nehme ich vielleicht auch. Was? Guck nur, Carl, du bist ein bisschen zu weit entfernt. Ich bin voll nah an der Kamera. Du musst vielleicht ein bisschen weiter Sonnen machen, oder? Die Kamera muss weiter rausgesungen werden. Ich sehe aus, als wäre ich ein Riese neben dir. Der sieht voll klein aus. Du! Hö, das kackt wie. Du bist ja schon weiter. Oha! 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 Wie bist du? Hey! Was ist das? Ah. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Was sie sehen, sehen sie gleich. Was? Dann sage ich Residiven. Damit konnte ich mich auch noch zu finden. Was? Entweder ich habe zu viel Bruchzaft in mir drin oder keiner. Hä? Was fällt dir ein? Ich hoffe, der Chris schläft nicht. Der muss ja bald. Was war das? Muni. Ach ne, das ist Muni. Nein, nein, nein. Also Leute, wie es euch lieb ist. Ihr habt zur Auswahl, Resident Evil 7 oder Outlast. Oder das hier natürlich. Aber ist es für dich nicht blöd, wenn ich das einfach spiele? Nein, ich guck dir gern, aber jetzt so wie du auch Schiss hast. Ach so, danke. Das ist es. Hier ist noch mehr Muni. Wo ist hier? Da hinten. Die reden so russisch hier. Ah, hier. Dann kannst du ja wieder die Kamera auf dich selbst zoomen. Damit ich hier schön in Ruhe Saft trinken kann. Danke. Gerne. Noch für dich. Da sind sie. Sei vorsichtig. Ihr dürft entscheiden. Die Mehrzahl gewinnt. Ich bin nur euer Sklave. Was? Wirklich? Nein. Gar nicht mal. Ich nehme das wieder zurück. Wieso denn? Ich halte mich nicht. Stirb. Kartoffel. Ja, gut. Du schaffst das. Du schaffst das. Für Glück. Der ist tot. Aber danach machen wir eine ganz kleine kurze Piki-Pause und so. Ja, genau. Du musst ja auch noch deinen Hund rausbringen. Ja. Und ich muss meinen Hund rausbringen. Und ich muss meinen Hund rausbringen. Und dann wäre ich in ein paar Minuten wieder... Also wären wir in ein paar Minuten wieder dabei. Oh, du Bastard! Das ist ein bisschen nett, ne? Okay, Arnie und Spark. Was sagt ihr? Ja? Einer ist für Resident Evil 7. Okay. Und die anderen beiden? Na super. Musst du so verschieben. Kommt zu. So. Ich bin geschoben. Gut. Mehr schiebe ich nicht. Mehr gibt meine Kraft nicht hier. Egal. Ups. Egal gibt's nicht. Was denn? Ähm. Ups. Aries schreibt, mir ist das Wayne. Bruce Wayne. Bruce Wayne. Bruce Wayne. Bruce Wayne. Wer da oben ist. Die schnapp ich mir. Das Mädchen. Das Mädchen. Ja. Wir haben sie im Gefängnis gesehen. Sie trägt einen Armreif. Glaubst du, sie gehört zum Experiment? Nein. Wenn die Aufseherin auf kleinen Kindern Angst einjagen will, ist das echt pervers. So ein kleines Mädchen, das frei herumläuft. Vor allem in Horrorspielen, ja. Ist überhaupt nicht auffällig. Nein. Oh, Kettensägen Carlos ist da. Hi. Hi, Kettensägen Carlos. Ich will den quiekenden Hamster sehen. Siehst du, die wollen alle, dass du Razy spielst. Den quiekenden Hamster. Aber ich bin auch den quiekenden Hamster bei Outlast. Joa. Ich bin beides. Metal out. Metal out. Ähm. Es wird noch ein Weilchen gestreamt, oder? Joa. Noch ein Weilchen. Ich dachte, du redest mit den, fragst die anderen. Aber dann ist mir etwas anderes aufgefallen. Du kommst hier runter, hier ist Muni. Okay. Okay, Peterlein. Bis morgen. Bis morgen. Und bzw. wir machen ja gleich eine Pause. Joa. Und dann kann ich dir... Oh, 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 oh! 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 Entschuldigung! Läuft. Hier ist Muni. Gute Nacht, Peter. Joa. Gute Nacht. Ich schick den Hund gleich zu dir. Ich höre hier so Musik, ja? Hier. Ah, da ist so... Oh. Oh. Aber der innert mich irgendwie an, was bei Silent Hill ist. Ja. Kann das sein? Oh. Ich denk auch an den Scheiben. Oh. Ich krieg irgendwie gar keinen Schaden, kann das sein? Ja. Das war so... Ja. Böse. Hm. Das ist der, ähm, Fruchtsaft. Genau. Ja. Ja.